Hallo und herzlich willkommen bei uns in einem Video. Wir haben jetzt Jänner 2023 und wie auch in den letzten Jahren präsentieren wir euch zum Jahresbeginn einen Rückblick auf das letzte Jahr. Es ist einiges im Video zu sehen, Karpfenageln, Welsangeln, Fliegenfischen und sogar Meeresangeln. Wir wünschen euch Petri für 2023 und gute Unterhaltung mit unseren Angelvideos. Wenn euch unser Video gefällt, abonniert bitte unseren Kanal und lasst ein Like da, das würde uns sehr freuen. Es ist jetzt der 3. Jänner 2022 und wir sind in der Steiermark im Fürstenfeld Angeln. Ja, der ist drauf. Der erste bis heute. Der erste bis für heuer. Der ist außerdem. Interessant. Wir feiern. Petri, der erste Fisch 2022. Ein schöner Fisch. Ist eine Nase. Ja, eine Nase. Eine Nase mit 39 cm. Ein schöner Fisch. Eine Nase erkennt man an der Nase. Genau, hier. Nicht verwechseln mit der Rustase bzw. Zerte. Ja, ein ganz kleiner. Und ein kleiner. Fisch Nummer 2 heute. Ein kleines Rotauge. Ein kleines Rotauge. Schnell den Kölner nachgemacht und dann wieder raushärfen. So schön warm es heute für Anfang Jänner war, kaum ist die Sonne weg und es ist jetzt erst 16.30 Uhr, wird es sehr, sehr kalt. Und man kann die Jacke wieder gut brauchen. Mal ein kleines Drogen, wie es aussieht. Alle Fische heute haben bisher auf Maden gebissen. Das heißt, in der Feistritz kann man am besten mit Maden fischen. Auf den Wurm tat sich bisher zu nichts. Der letzte Anspruch. Was? Fisch? Doch, doch ein Fisch. Mit diesem Fisch haben wir heute gar nicht mehr gerechnet. Jetzt setzen wir ihn zurück und packen ihn ein. So, hier geht es zurück. Der erste Fisch ist ausgerufen. Der erste Autor. Ja, da zieht es aus. Der erste Fisch ist Bauwurm. Ja, der erste. Kann gerne besser sein. Der erste Döbel. Hier unter Festetzeite. Eins zu eins, Marc. Richtig. Fisch immer schäles Ruhdruck. Na, also. Der dritte Fischhäute, die dritte Fischhaut. Eine Nase. Zwei zu eins für mich. Ja. Ein oder eine Nase. Eine schöne Nase. Selbe Stelle, selbe Fischhaut, nur größer. Eine schöne Nase. Fangen in der Feistritz, die Fürstenfeld. 34. 34. Ober, okay. Auf, auf. Deine Nase. Bitte Marc Da beginnt die Flosse 26,5 Noch eine leider ins Gebüsch geschoben In der Dämmerung hat es noch eine wirklich schöne Nase gewissen Ja, die sieht ganz aus Eine Nase mit 41 cm Die größte Nase, die wir bisher hier gefangen haben Jetzt habe ich hier ganz ganzes Gleis erwischt Direkt nach dem Auswerfen Ein Schneider aus der Feistelz Ja, etwas Kleines aber Immerhin noch ein Fisch Was ist das? Eine Rotauge Die Matte ist gefroren Ein Zeichen für uns aufzuhören Auf der einen Route versuchen wir es mit Taubwurm Und auf der hier mit Maden Wenige Minuten nach dem Auswurf Krümmt sich die Route bereits Allerdings leider Nicht von einem Fisch Sondern Von einem Ast Das Wasser hat heute Zirka 4 Grad Das heißt auch, dass wir vielleicht Nicht zu viel fangen werden Jetzt möchte ich euch mal erklären Wieso man im Winter Nicht so gut Fische fängt Wie im Sommer Das liegt daran, dass Fische wechselwarm sind Was heißt das jetzt? Ich erkläre es jetzt mal so Wenn das Wasser warm ist Bewegt sich der Fisch viel Und braucht viel Nahrung Deswegen fangt man leichter Weil er ist auf Nahrungssuche Halt viel mehr als wenn es kalt ist Wenn es eben kalt ist Sind die Fische nicht sehr aktiv Stehen auf ihren Stellen Pressen fast nichts Und bewegen sich gegen nichts Und weil sie sich nicht bewegen Brauchen sie auch nichts zum Essen Wir haben zwar nur noch eine Stunde Zeit Aber da hier so viele Hänger passieren Enden wir jetzt die Stelle Wir werden hier runter Auf die Schotterbank gehen Wer hat schon davon redet? Hier ist es Wieder ein Hänger Und jetzt werden wir Spinnfischen Das ist alles das ich brauche Wir fischen jetzt an der Donau Im Revier Emmersdorf Mit Gummifisch auf Zander Ich hoffe wir werden einen erwischen Wenn ja, freue ich mich Vor allem haben wir nur noch eine Stunde Zeit Eben Und das ist ein gewisser Zeitdruck Wir haben schon sehr oft den Melk an der Donau gefischt Heute fischen wir mal auf der anderen Seite In Emmersdorf Das ist alles was ich in unserer Anlage brauche Einen Kescher Köder Die Zange Stahlverfach Zur Sicherheit Als Köder von einem gewissen Gummi Fisch Mit einem Bleikopf Das ist ein Blei Was den Fisch beschwert Das hat 12 Gramm Und das sorgt dann dafür wenn man die Schnur zieht Dann lassen wir locker Zack Das ist alles so am Boden bewegt Dann kommt drauf mit dem Zander Und beißt rein Und diese Jahreszeit Füllen wir den Köder etwas langsamer Füllen wir den Grund Deswegen Habe ich unten keinen Haken Weil sonst würde sich der Im Boden verhaken Und der weg Auf gehts Jetzt ist es Und jetzt ist es Es war ein Versuch wert. Leider hat es nicht funktioniert. Heute angeln wir das erste Mal laut Karpfen im heurigen Jahr. Und so sind wir an einem kleinen See im Waldviertel, am Grand Secker Schausee. Hier gibt es Karpfen und Weißfische, die versuchen wir heute zu fangen. Außergebend gibt es Rohfische, die sind aber geschont. Wir gehen jetzt zum Steg und von dort aus werden wir auch fischen. Der Grand Secker See wird durch einen kleinen Fach gespeist. Und ist ein Stausee. Da hat eine sehr große Staumauer da hinten. Heute fischen wir mit dem Rotbott direkt am Steg. Wir probieren es heute am Grand Secker See auf Karpfen. Dafür habe ich eine Poly-Vantage. Und jetzt hole ich die zweite Route. Und auf der zweiten Route probiere ich es mit dem Methodsfeder auf kleinere Fischer. Oder auf Praxen. Genau, der erste Pist auf mittels Fischer. Eine kleine Praxen. eine kleine praxe auf der abhackmatte zintakt ja eine praxe die zweite praxe hat der method wieder ein karpfen auf der method wieder rote gerade ausgeworfen und schon geht es los ja der erste karpfen 20 22 ja ich darf den auswerfen mit mittelsvieler gefangen gefangen bitte mark danke für's helfen ein karpfen auf mittelsvieler super und direkt vorne gehabt und jetzt bin ich motiviert jetzt fange ich noch einen der nächste gleich nach dem ersten karpfen wieder karpfen wieder ein karpfen auf mittelsvieler der zweite karpfen auf mittelsvieler sehr praktisch noch ein poilie noch gar nichts bis heute also bis jetzt ist aber auch eine art boilie mittelsvieler ja das schon aber eben kein normaler boilie kescherhilfe von sarah hoch hoch der hat mehr gewicht als der vorherige ein karpfen mit 53 cm sie werden größer wieder ein bisschen auf der fiederroute allerdings diesmal kein karpfen die dritte praxe zwei karpfen drei praxen alles auf die mittelsvieler ich werfe jetzt wieder aus der nächste vierte praxe heute ja unser letzter fisch wir angeln heute wieder mal in rosa zantadronau wir waren jetzt eine lange zeit lang hier nicht angeln genau das ist der februar und wir werden hier fiedern der erste aushofer an dieser stelle perfekt der erste fisch den wir heute sehen eine farbe und heute zeige ich meinem kleinen bruder das erste mal wie viele fischen funktioniert du nimmst jetzt den fotograf und gib da das futter rein ok und nimmst du noch mehr und noch mehr bis voll ist blick von der anderen seite von der anderen seite der erste futterkorb befüllt von alexander das ist ein großer bachflughebs aus der donau auch die bieber sind sehr aktiv in diesem bereich und jetzt am abend probieren wir es noch an einer dritten stelle in der nähe wo wir in der frühe schon waren und schauen wir jetzt und dann geht es hier noch was nachdem ich jetzt sehr viel bisher auf der taubung hatte probiere ich jetzt mal den kleinen köder mal schauen mal schauen das sind die wurmdriebe ja eine grundl der erste lebende fisch des tages eine grundl und gleichzeitig der tipp der taubürmer genau ein kleiner weißfisch der teich an dem wir heute angehen ist 2,7 hektar groß relativ seicht der hat aber stellen bis zu 3 meter wurde uns zumindest gesagt sollte hier karpfen schleien und auch andere fische geben sogar wälse die erste route richte ich auf karpfen aus mit poli der bekommt heute wieder meine karpfenhunter zum einsatz ich verwende heute eine ganz einfache poli montage als stopper fände ich dieses kleine stück aus das genügt und ist umweltschonend das hat den vorteil dass wir kein plastik im wasser versenken genau weil wenn es abreißt wäre es besser ein kleines stück holz drinnen zu haben anstatt plastik ich habe jetzt hier die schlaufe da kommt der ast rein jetzt ziehe ich das da ran fertig ist das ganze und jetzt kommt hier der pva sack dran der pva sack ist ziemlich umweltschonend denn der löst sich im wasser auf gebe ich ein polis rein schiebe das durch jetzt kommt hier der poilie raus und jetzt kommt hier ein knoten rein und jetzt montiere ich das ganze beim knoten an nun ist die komplette montage fertig wir haben hier das blei das vorfach den haken mit dem pva sack sind zwei polis drinnen hinten bei der schlaufe ist der poli den der kaffee essen soll fertig ist das ganze jetzt wird es ausgeworfen ich habe jetzt gerade wieder die poilie rute eingeholt und ja veganer sind meistens nicht davon überzeugt dass man fischen sollte jedoch können veganer sich auch dann ernähren dabei von ja mit polis kann man eindeutig auch wasserpflanzen fangen genau die sind vegan hier waren wir schon im april angeln solstern heute werden wir wieder angeln wieder auf karpfen das letzte mal durften wir nicht in der nacht fischen heute dürfen wir das schon also lasst uns keine zeit verschwenden wir machen jetzt unsere montagen ich tippe mal auf eine praxe der erste fisch ja der erste fisch eine kleine praxe eine kleine praxe aufs mittelt wieder wir fangen eine praxe und jetzt machen wir gleich einen neuen köder der köder vielleicht der poilie der ist eh noch drauf den verwende ich auch weiter nur das Futtermittel kommt wieder ein neues rein fertig jetzt wird hier der Futterpop drauf gedrückt fertig auf den köder gehen auch die großen karpfen halt auch die kleinen fische aber ich hoffe es kommt ein großer karpfen der das nimmt der sich dann überlegt ja mache ich jetzt den markt mit freude passt hoch 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 und Alexander hilft beim kischern ich habe etwas gefangen nicht unsere semmeln eine maus die auf unserer semmeln steht genau eine maus so nehmen wir mal das papier weg die hat ja eine maus die kann gut klettern da hat ja nicht nur praxen gefangen sondern auch eine maus auch wenn es leute gibt die keine nageltiere möchten ich denke da jetzt doch gleich einmal auch an die neuen bocken die es da gibt und die affen bocken kommen dann gebe ich auch von nageltieren werden wir diese maus jetzt wieder aussetzen oder mark genau und die maus die geht nach haus wie eine praxen wird es wieder nein ich mache es ja ich mache es ich mache es ich mache es ich mache es ein bisschen auf der volleroute ja ist ein karpfen ja ist ein karpfen der ist noch sehr hinter hoch bitte mag der erste karpfen jetzt fange ich mal wieder einen fischer raus ja eine praxe fange ich noch einen raus und hängt er ja ja das war der zweite fisch heute der zweite karpfen heute von mark und der erste beim nachtangeln ja das nachtangeln hält sich aus ja vor allem auch wenn man keine stehenlaube hat wir haben ja noch den scheinwerfer und den großen karpfen und naja groß ist ja nichts größer als die praxen ich hole jetzt einmal die metod 4 route raus das ist ein bisschen kurz vor mitternacht es hat sich jetzt nicht mehr so viel getan außer auf der karpfenroute der rote geht kurz ran ja ja hätte das viel gewusst ja 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 ein karpfen vermutlich ja das wäre das wäre der größte karpfen heute gewesen mit abstand der erste fisch des tages eine kleine rote fisch eine kleine praxe einmal werfen noch beim posen fischen mit maden aus und danach machen wir etwas anderes ja eine schöne rotfeder schau dir mal was ich hier gefunden habe das ist eine schlange wisst ihr welche das ist eine würfelnatter die ist ungefährlich nicht zu verwechseln mit der kreuzotter denn die ist gefährlich die ist nämlich giftig das ist eine sehr ungefährliche schlange die ernährt sich von zb fischen und anderen tieren deswegen ist sie auch sehr oft bei gewässern zu finden häufig findet man sie jedoch nicht da sie sehr selten ist und sie können auch sehr gut schwimmen das stimmt und im gegensatz zu einer der ringelnatter fehlen die gelben flecken beim kopf so jetzt setzen wir sie aber wieder aus oder viele glauben dass schlange glitschig sind das stimmt nicht hier wird diese schlange gefunden und hier setze ich sie zurück liebe zuseher bitte nicht nachmachen die schlange können auch wenn sie nicht giftig sind dürfen sie beißen heute angeln wir wieder an einem kleinen see im waldviertel wir waren hier vor kurzem bereits einmal angeln haben hier einige fische gefangen auch einige karpfen dabei aber den schönsten karpfen dieses tages hat mark damals verloren und deswegen schauen wir jetzt dass wir diesen karpfen oder einen ähnlichen karpfen in ähnlicher größe heute fangen der erste karpfen mark kommt preis an den haben wir jetzt den ganzen nachmittag gewartet das dürfte ein größerer sein das dürfte ein größerer sein der ist schon ganz ordentlich ja jetzt müssen wir ihn ab 72 ein schöner karpfen das hauptsache des heutigen abends habe ich es geschafft einen schönen karpfen zu fangen doch aufhören nein das ist keine option ich mache weiter jetzt bin ich motiviert jetzt werfe ich gleich noch einmal aus eine praxe ich mag Tiere sehr gerne aber diese Spinnen sehen wirklich ekelhaft aus noch so ein hässliches Exemplar hier gibt es aber tausende wenn nicht Millionen und die kleine Maus vom letzten Mal beobachtet uns auch wieder heute wir backen jetzt zusammen heute angeln wir an der Leiter die entsteht in Niederösterreich durch den Zusammenfluss der Pitten und der Schwarzer endet dann in Ungarn indem sie in die Donau fließt in den letzten Tagen hat es viel geregnet daher ist die sonst normalerweise sehr klare Leiter ziemlich trüb wir haben uns heute vorgenommen Spinnfischen zu gehen und zwar auf Forellen Eitel vielleicht Hecht Zander wir sind dafür an die Leiter heute gefahren doch leider ist sie sehr trüb da vor kurzem ein wir werden trotzdem unser Glück probieren ich würde sagen ich montiere schnell die Rute und dann geht es ans Wasser da es hier auch Hechte gibt und das Wasser heute sehr trübe ist reagieren wir gleich und fischen mit Stahlverfach das stört zwar manche Fische zum Beispiel auch den Zander aber falls uns ein Hecht dran geht ist das eine bessere Option als den Hecht zu verlieren ich verwende diesen Spinner warum den hier ja der ist sehr rot und meiner Meinung nach gehen rote Farben sehr gut für Eitel oder auch Döbel genannt vielleicht fangen wir einen und wir verwenden auch andere Köder zum Beispiel größere zum Beispiel für Hechte los geht's ich habe alles was ich brauche mit denn zum Spinnfischen brauche ich nicht zu viel alles was ich benötige habe ich meine Hosentaschen und den Kescher am Gürtel zum Spinnfischen verwende ich eine Brille mit der säge ich besser ins Wasser eine polarisierte Brille los geht's der Angel hier jetzt bei der sogenannten Kotzenmühle gibt es eine Abzweigung zwischen dem Flussleiter und einem Bergskral leider ist das Wasser heute hier sehr trüb normalerweise ist das hier ein kleines Gewässer aber es hat die letzten Tage leider viel geregnet ich habe jetzt ein paar Auswürfe gemacht mit dem trüben Wasser versuche ich jetzt etwas Glitzerndes ich probiere jetzt die zwei nacheinander natürlich logischerweise nachdem ich mich nun aufgewärmt und wieder abgekühlt habe gehen wir weiter auf die nächste Stelle für dieses Revier ist ca. eine gute 30 Kilometer lang wenn nicht länger von Seibersdorf bis Wilfleinsdorf jetzt probieren wir es unterhalb ein bisschen wenn dann auch noch nichts geht fahren wir ein paar Kilometer mit dem Auto und so unsere Leihstelle ist heute leider sehr ungünstig da das Wasser sehr trüb ist statt normalerweise glasklar wir waren jetzt kurz an dieser Stelle angeln haben leider nichts gefangen deswegen fahren wir an die nächste Stelle denn das Revier ist sehr groß wir sind jetzt in Trautmannsdorf und Marc traut sich da noch einmal das Wasser angeln auch wenn man hier keine Fische fängt kann man wenigstens Flutzeuge beobachten heute sind wir das erste Mal Fliebüche in diesem Jahr wir sind am Oberloftkreisen heute sind wir das erste Mal Fliebüche in diesem Jahr wir lassen uns keine Zeit verlieren an dieser Stelle fische ich jetzt mal mit einem Streamer der Streamer imitiert im Wasser einen kleinen Fisch und auf das gehen wir relativ gut im Wasser im Wasser Die erste Farbelle. Eine schöne Backfarbelle. Wieder ein Biss. Aber etwas kleines. Eine kleine Backfarbelle. Jetzt verwende ich einen Bronzwimmer. Er macht eine Koppe und eine andere kleine Forelle nach. Auch kleine Forellen beißen auf große Trümer. Die setze ich gleich wieder zurück. Wir hören jetzt für heute auf. Es war heute ziemlich heiß und unerträglich. Jetzt, die letzten halbe Stunde, kann man sagen, ist es endlich erträglich geworden. Wir hören jetzt aber auf, denn morgen habe ich auch viel Schule. Jedenfalls, demnächst geht es los. Wir werden einen Angelunab wieder haben. Dort werden wir zahlreiche Videos machen. Heute ist der 3. Juli 2022. Und wir fahren jetzt auf unseren Angelurlaub in Kärnten. Das ist jetzt Sonntagabend. Und wir sind an Prenzi angekommen. Wir werden jetzt die Sachen ausräumen. Zum Angeln kommen wir erst morgen. Wir fischen heute das erste Mal am Prenzi. Oder auch Felssee genannt. Ich habe jetzt hier meine Meterfeedermontage. Die kommt nicht ins Wasser. Also nicht die einzige Montage, die wir verwenden werden. Wir werden ziemlich alles probieren, was es geht. So geht's. Ich habe einen Fisch gefangen. Der erste Fisch im Urlaub. Und was machst du mit dem Fisch? Aussetzen. Gleich nach dem ersten Fisch. Der zweite Fisch von Alexander. Wir fahren jetzt einmal an eine gute Stelle. Und schauen uns da dann, ob jetzt Fische dort sind. Marc hat vorher schon ein paar gesehen. Schöne, dicke, fette Schleie. Die wollen wir heute fangen. Und wir schauen, ob die noch da sind. Genau. Eine sehr gute Stelle hier. Mit diesen Tauwürmern und dem Tiroler Hölzl werden wir jetzt auf Schleie angeln. Wir haben bei der Ausfahrt gerade noch ein paar gesehen. Allerdings werfen wir das von hier aus nicht. Sondern Marc wird den Köder und die Montage mit dem Boot ausbringen. Und wenn der Fisch beißt, ziehen wir ihn dann daher. Ja. Wir haben die Montagen jetzt ausgebracht. Und jetzt warten wir auf die Fische. Der erste Wels im Mangel-Urlaub. Wum. Ein mittleres, kleines Exemplar. Doch leider ist es doch schon Zeit. Dieser schöne Wels geht jetzt zurück ins Wasser. Schon wieder ein Biss. Der zweite Biss. Hier kommt er. Auf Dauwurm. Welz Nummer zwei diese Nacht. Und er schaut etwas größer aus als der erste immerhin. Ja. Ein wirklich schöner Wels. Hier gibt es nicht nur große Wels, sondern auch andere Tiere im Wasser. Hier gibt es riesige Grenze. Auch blutige gibt es hier am Ufer. Heute sind wir im Meer. Wir angeln hier allerdings nicht. Heute sind wir kurz in Italien und jetzt haben wir eine Kabe gefangen. Die Mündung des Parclementos in Diabria. Heute fahren wir das erste Mal mit dem Boot Entenfischen. Wir sind jetzt genau vor unserem Bärenhaus. Ein paar Meter vom Ufer. Wir haben das erste Mal unser Sonar eingeschaltet. Das Wasser ist momentan 23 Grad warm an der Wurfläche. Und hier ist es 6,2 Meter deep. Oh, der jetzt Fisch. Auf jeden Fall ist er ja ein Barsch. Ich möchte jetzt ein. Ah, zwei Barsche. Zwei Barsche. Mark hat zwei Barsche gefangen. Absolut nicht. Oder Zielfisch? Nein, überhaupt nicht. Vor allem nicht mit der Hygiene. Der erste Barsche hat sich jetzt weggesetzt. Und der zweite Barsche auch. Ja, Barsche wollten wir nicht fangen. Wir haben noch nicht einmal die zweite Montage. Nein. Aber schon die ersten Fische. Auf Hygiene. Genauer gesagt auf kleine Nymphen. Auf eine Hygiene Montage. Wir wollen eigentlich erst gerade die zweite Montage zeigen. Wollen dann erst losfahren. Aber okay. Hier vom Ufer haben wir die ersten zwei Fische gefangen. Mit der Hygiene. Heute ist Freitag, der 15. Juli. Seit Mittwoch läuft hier eigentlich ein Fischer Cup. An dem wir auch teilnehmen. Wir haben ja die letzten Tage eher wenig geangelt. Weil wir hauptsächlich Ausflüge gemacht haben. Und das Wetter auch nicht ganz so traumhaft war. Jetzt versuchen wir es. Ab Mitternacht dürfen wir auch auf Wels fischen. Wir hoffen, dass wir dann einen Wels fangen. Und damit auch punkten können. Vielleicht gewinnen wir dann mit. Ja. Haben wir vielleicht eine kleine Chance. Mal schauen. Der Fischer Cup in Feld am See. Ist ein Fischereiwettbewerb. An dem man auf zwei verschiedenen Gewässern, dem Afritzer See und dem Brennsee, angeln darf. Die Teilnahmegebühr beträgt nur 10 Euro. Wir machen so etwa so. Jetzt vier Wochen Urlaub hier am See. Angeln dabei auch viel. Und wir haben uns gedacht, wir machen da mit. Bzw. Mark möchte gerne an diesem Wettbewerb mitmachen. Wir haben uns eine Strategie dafür zurechtgelegt. Eigentlich darf man vier Tage lang angeln. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir natürlich mit Familie unterwegs sind. Und nicht zu viel Zeit haben, da wir viele Ausflüge machen. Das Gute ist, es werden nur die zwei größten Fische gewertet von der Länge. Also haben wir uns gedacht, wenn wir heute Abend angeln, heute vor Mitternacht einen schönen Fisch zum Beispiel einen Karpfen fangen und ab Mitternacht dann die Weltschonzeit endet und danach Mitternacht dann einen schönen Welts fangen, wenn wir durchaus gute Chancen hätten, einen der besseren Plätze zu erreichen, wenn nicht sogar diesen Fischer Cup oder diesen Wettbewerb des Fischer Cups zu gewinnen. Ja, das machen wir jetzt. Was braucht man für den Fischer Cup? Eigentlich nur anmelden, kostet 10 Euro. Und eine Fischereilizenz, die sieht so aus. Und es geht schon. Wie wird gewertet? Nicht die Menge der Fische ist interessant oder ausschlaggebend, sondern die Länge der zwei größten Fische. In insgesamt vier Tagen darf gefischt werden und von maximal zwei Tagen die zwei größten Fische kommen dann in die Wertung. Also wie gesagt, wenn wir es schaffen jetzt vor Mitternacht einen Fisch zu fangen und Nachmittracht einen Fisch zu fangen, können wir diesen Wettbewerb auch mit nur ein paar Stunden Angeln gewinnen. Ja, hier ist 21.15 Uhr. Ich probiere es jetzt mit Taubung auf Karpfen. Ich war gerade dabei die Routen auszuwerfen. Wir warten noch ein wenig. Denn es ist gerade zum Schütten begonnen. Nicht das erste Mal. Das geht heute schon den ganzen Tag so, leider. Es ist jetzt 22 Uhr. Es ist wertvolle Zeit verloren gegangen. Könnte ich mir das noch raufholen. Die Routen werden ausgelegt. Kaum ausgehorfen und schon wieder beginnt es zu regnen. Ein Biss im Regen. Ja, es ist ein Karpfen. Ein großer Karpfen. Ein schöner Karpfen. Die Frage ist, wird dieser Karpfen reichen für das Fischefest? Ja, wieder ein schöner Karpfen. Ein schöner Karpfen. Auf der Wurmontage mit Tirolölzl. Ja, gefangen. Ja. Vor 23 Uhr haben wir diesen schöner Karpfen gefangen. Ein Karpfen mit 82 cm. Ein super Fisch. Peter Mark. Jetzt habe ich gerade den 82 cm Karpfen gefangen. Habe aber keine Ahnung, wie ich den melden soll. Weil es jetzt schon 23 Uhr 21 ist. Und wir finden keine Telefonnummer von der Fischerei-Aufsicht. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Und pro Tag zieht ihr noch einen Fisch. Richtig. Der gehört für heute gemeldet. Richtig. Ein kleiner Schleizid vorbei. Es ist jetzt 0 Uhr 4. Und Marc holt am letzten Tag des Fischer Cups 2022 jetzt einmal schnell die zweite Route raus. Wir überprüfen nochmal alle Köder. Und fangen gleich an, für den 16.07.2022 zu angehen. Zumindest Wasserpflanzen. Nein. Eine Praxe. Das sind super Wasserpflanzen. Eine Praxe. Das hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Und zwar eine große Praxe. Noch dazu. Die Praxen zählen nicht beim Fischer Cup. Die Praxe wird auf jeden Fall gleich zurückgesetzt. Und die Praxe schwimmt zurück. Und freut sich sichtlich. Ich habe jetzt die Route wieder ausgelegt. Ich bin voll motiviert. Vielleicht können wir das sogar noch gewinnen. Ich hätte es anfangs ehrlich gesagt nicht gedacht. Nicht schon. Jetzt warten wir mal. Vielleicht beißen wir jetzt den Wels an. Vielleicht dürfen wir jetzt offiziell fangen. Seit Mitteln. Seit Mitternacht. Ist er frei. Ja. Und nächster Biss. Es zieht wieder ordentlich. Es ist jetzt 0.58 Uhr. Das wäre der Fisch für den zweiten Tag. Ja, das wäre der Fisch für den zweiten Tag. 0.59 Uhr inzwischen. So ein Fischer Cup ist sehr spannend. Ein Wels. Aber leider kein großer. Wie es aussieht. Oh, der dürfte man schon fangen. Schauen wir mal. Na ja. Na ja, doch. Durchaus. Eigentlich ein schöner Wels. Ein Wels. Ja. Die Sonne ist vorbei. Wir dürfen fangen. Wir müssen aufpassen wie groß er ist. Bittere Mark. Bitte Dank. Schauen wir mal, ob das schon viel Wert umziehen würde. Ein schöner Wels. Aber leider zu klein. So klein wie den Cup. 68 cm. Kommt zurück ins Wasser. Ja, leider. Schade. Ich finde es ziemlich ärgerlich. Leider ist der Wels um 2 cm fiesen Cup zu klein. Dann hätte ich ihn auch weg gehören zu fischen. Wie man am Boot sehen kann, hat es letzte Nacht viel geregnet. Eineinhalb Stunden haben wir noch. Ich versuche noch einen Fisch zu fangen. Ich montiere jetzt noch schnell in der Hygiene. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein verwischen können. Nachher gibt es wieder ein paar Stoffhygiene. Zwei gleich. Wieder ein paar Stoffhygiene. Zwei. Drei. Was ist da los? Zwei. 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 Nicht ganz zu einfach. Aber da waren leider keine Renken, die wir gerne hätten. Das sind alles Barsche. Barschketsche ist es. Apropos, halt. Ich habe auch schon wieder... Es ist jetzt 12 Uhr Mittag. Wir werden ein Nichts Verbrauchbares gefangen. Ja, wir schauen mal, dass wir uns jetzt herrichten für den Fischer Cup. Das ist zum Fischerfest. Wir werden dorthin fahren. Wir werden vielleicht herausfinden, welche Platz wir haben. Ich kann nicht der letzte Platz sein, denn mein Vater hat noch weniger gefangen als ich. Ja, noch weniger Brauchbares. Zumindest kann ich nur vorletzter Platz werden. Schlechter nicht. Ist was Gutes. Jetzt geht's ab zum Fischerfest. Wir sind jetzt beim Fischfest und schauen uns das Ganze an. Preis von Eure, Marc. Ich habe etwas gewonnen. Ich freue mich extrem. Ich hätte es immer unmöglich gehalten. Herrlich. Den ersten Platz bei der Gästerwertung. Das machen wir nächstes Jahr wieder. Ich kann es auch immer nicht passend gewonnen haben. Wir haben gerade das Boot hergerichtet. Das hat alle Montagen zusammengebaut. Jetzt geht es mit dem Boot raus. Aufs Wasser. Wir versuchen heute Barsche, aber auch Hälte zu fangen. Als erstes probiere ich jetzt auf Barsche mit einem kleinen Köder. Dieser Fisch imitiert einen Stichling. Wir sind sehr gut ausgestattet mit künstlichen Ködern. Und jetzt geht es los auf den See. Schon wieder ein kleiner Barsch. Diese Barsche geht auf einen ganz kleinen Gummifisch. Schon wieder einer. Ich habe mich jetzt für so einen Köder entschieden. Darauf war doch schon der erste Barsch gewissen. Davor hatte ich auch einen in der Größe. Mit einer anderen Färbung. Auf die Färbung glaube ich kommt es nicht an. Sondern die Größe passt für die Barsche super. Ich habe gerade einen Barsch gefangen. Und der Schwabbarsch, von wo er herkommt, spielt mit. Jetzt proben die. Bei unserer Rundfahrt haben wir unzählige Barsche gefangen. Zwei kommen mit in die Küche. Ein paar andere habe ich auch hier in den Kübel. Die werden jetzt wieder zurück gesetzt. Ja, war ein schönes Angeln. Dieser Barsch hat Ketten. Keine Wunder, ich habe ihn auch selbst gefangen. Ich lasse mir jetzt den Barsch gut schmecken. Heute angeln wir endlich auf Welse. Und zwar gezielt auf Welse. Die Schonzeit in Kärnten für Welse ist vorbei. Und deswegen packen wir jetzt endlich unser schweres Welzgerät aus. Und versuchen einen Welz bzw. Walder zu fangen, der größer ist als die letzten Welse, die wir hier als Beifang gefangen haben. Wir haben heute zwei Welzruten. Das ist eine davon. Die Montage auf meiner Route ist ziemlich einfach. Ich habe hier ein 200 Gramm Blei auf der Hauptschnur. Dann habe ich eine Stopperperle, die auch für das Welswischen gedacht ist. Einen Welskarabiner. Und dann eben ein Vorfach mit einer Abhose. Einen Einzelhaken und am Schluss einen Drilling. Marc führt jetzt die erste Route an den Platz, den wir dafür vorgesehen haben. Zusätzlich verwende ich heute eine zweite Welisrute mit einer Welsholle. Ich bin jetzt mit der zweiten Montage fertig. Sie ist ähnlich wie die erste Montage aufgebaut. Nur dass wir bei dieser Montage ein Stopperperle verwenden. Eben das Blei. Eben dann das wirkliche Blei. Eine Stopperperle. Und eine Karabiner. Das Vorfach ist direkt an die Karabiner angeknotet. Hier ist eine Abhose drauf. Und unten kommt ein Köderfisch drauf. Auf dieser Route verwenden wir so einen Fischanzeiger. Ein elektronischer. Jetzt komme ich jetzt hier auf die Route. So, wenn jetzt ein Fisch anpasst. Ich stelle es ca. so ein. Der ist ausreichend. Schauen wir uns das andere an. Die Lautstärke. Die passen so. Und der Ton. Den lassen wir so. Wir angeln aber heute nicht nur mit Welisruten. Sondern auch mit den Montagen, mit denen wir bis jetzt immer gut gefangen haben. Also ein Tragulahölzl und Würmer. Obwohl es natürlich sehr schön wäre, wenn auf der Welsmontage etwas beißt. Glaube ich doch eher, dass die Tauwürmer erfolgreicher sein werden. Die haben hier schon einige Welse gebracht. Wenn auch nicht die größten. Wie ich sagte. Der erste Biss auf Tauwürmer. Und nicht auf der Welzrute. Glaubst du Karpfen oder Welz? Ganz ehrlich. So wie es zieht, könnte es eine Welz sein. Allerdings gibt es auch Karpfen. Die können auch sehr gut sein können. Ja, ich könnte recht gehabt haben. Hier kommt ein schöner Welz. Ein schöner Welz mit acht Zentimetern. Das ist der größte Welz in diesem Urlaub. Und mein drittgrößter Welz meines Lebens. Mittlerweile ist Mittelnacht vorbei. Und bei den Welzruten hat sich leider nichts getan. Ich hoffe unsere Angelvideos von unserem Angelurlaub in Kärnten. Dieses Jahr am Brennsee. Haben euch gefallen. Wir fahren jetzt woanders hinageln. Wir packen alles für die Reise nach Italien. Unser Angelurlaub geht weiter. Wir werden morgen abreisen. Und heute packen wir unsere ganzen Sachen ins Auto. Wir schauen uns die Stellen an, bei denen wir mehr angeln könnten. Und wir wissen noch nicht ob wir nur ein Meer oder nur ein Süßlas aufbüßen möchten. Oder beides. Das ist gel Cait Preste! Kawelle! Wir haben uns jetzt informiert, wie man Karten für das Süßwasserfischen in Minetien bzw. in Bibione bekommt. Das ist ganz einfach, man geht aufs Touristenamt, aufs Tourismusbüro, bekommt einen Zettel mit einem Lagschein 13 Euro. Damit geht man dann auf die Post, die ist hinter mir und zahlt diese 13 Euro ein und dann darf man hier angeln. Im Angelgeschäft haben wir diesen Folder bekommen, da sieht man alle Reviere, wo man hier angeln darf. Das ist gar nicht so einfach, man darf nämlich nicht in jedem Wasser angeln und auch nicht in jedem Gewässer an jeder Stelle, sondern es gibt hier eigene Zonen mit eigenen Angelplätzen. Natürlich kann man in Italien auch im Meer fischen, das kostet nichts, man muss sich allerdings registrieren auf der Webseite vom zuständigen Ministerium. Man bekommt dort zwar ein Zertifikat, das kann man sich ausdrucken, das muss man auch mit sich führen, wenn man kontrolliert wird. Es gibt hier natürlich auch gewisse Regeln und Drittelmaße, also Mindestmaße, aber das Angelgang an sich ist kostenlos. Ausgenommen in gewissen Häfen oder zum Beispiel Mündungen von Flüssen, die hier als Binnengewässer zueben. Wir schauen jetzt einmal, wo wir heute Abend angeln werden. Diese Stelle sieht schon einmal sehr gut aus. Das stimmt. Wir haben uns heute Gewässer angeschaut hier in der Region rund um Bibione. Wir haben die Karte, die Angelkarte, die Lizenz besorgt und jetzt am Abend versuchen wir auch hier Fische zu fangen. Wir erwarten uns nicht allzu viel, aber ein paar Fische, wenn auch vielleicht nicht die größten, werden wir schon erwischen. Das erste Mal in Bibione angeln. Wir haben jetzt eine Scheibe Toastbrot ins Wasser geworfen. Fische gibt es hier auf jeden Fall. Als erstes kommt eine Montage mit einer Pose und Bienenmaden zu Einsatz. Brot oder Semmelteig wird sich wahrscheinlich auch eignen. Als Köder verwenden wir Bienenmaden und das werfen wir jetzt aus. Und auf der zweiten Route verwenden wir einen Tiroler Hölzl und das legen wir eben auf Grund mit Wurm. So eine Grabe habe ich bisher noch nie gesehen. Wo es aussieht, hat sich die zum Glück nur hinten am Haxen verfangen. Jetzt habe ich kurz meine große Hand im Vergleich. Wie nehme ich die? Auf der Seite kann ich nicht greifen. Es ist sehr schwer zu sagen, wie du diese Grabe nimmst. Intakte Kerze auf jeden Fall. Ich weiß. Was für eine Art von Grabe das wohl ist. Allein die Scheren sind so lange meine ganze Grabe ansonsten. Ja, richtig. Und diese Stacheln hier, die sehen richtig cool aus. Gefangen habe ich diese Monstergrabe mit einer Bienenmade. Jetzt muss sie nur noch abgehackt werden. Ohne dass sie mir den Finger abhackt. Was vielleicht sogar möglich wäre bei diesen Scheren. Das ist eine richtig heftige Grabe, oder? Von dieser Grabe habe sogar ich Respekt. Ich setze diese wieder zurück. Auf den Haxen hat sie sowas wie Gärchen. Aber die sind nicht so schlimm, wie die Stacheln und die zwei großen Scheren. Hinten hat sie die Grabe flossenartige Füße. Was auch nicht jede Grabe hat. Die gibt es nicht nur mehr, sondern auch im Süßwasser. Ja, sie hat es entdeckt. Eine schöne Färbung hat sie dazu. Auch so einen Barschel gibt es hier. Der Biss. Was kommt jetzt? Wieder eine Grabe? Das ist einer der Welse. Das sind hier eine invasive Art. Eigentlich amerikanische Fische. Die vor ca. 100 Jahren oder auch länger hier ausgesetzt wurden. Solche Welse gibt es auf jeden Fall bei uns nicht. Zumindest sind sie nicht einheimisch. Theoretisch sind sie auch in Italien nicht einheimisch. Ein Wels. Der Welse vorher hatte Tupfen und eine andere Färbung. Hatte mit dem Welse auch gemeinsam, dass sie Stacheln haben. Wieder ein bewaffneter Fisch. Wenn ihr mal solche Welse fangt, war es darauf am Angreifen. Bei den kleinen Welse jetzt blute ich jetzt, weil er mir den Stacheln richtig böse reingekrabt hat. Das machen die Welse bei uns in Österreich nicht. Siehe, was klein ist, hat keine Stacheln. Der Stich von diesem Welse wird jetzt mehr als am besten Stich. Wie doch, schön rot. Diese zwei Welsearten haben wir jetzt gefangen. Der hier hat mich super festgestochen. Der war der andere braver. Ich habe mich heute erst so angemacht, dass mir die große Grabe etwas tut. Aber nein, ein so kleiner Welse hat es viel größeren Schatten gerichtet. Wir angeln heute mehr. Genau gegenüber von Benedikt. Die Routen brauchen wir gleich im Auto zusammen. Weil dann müssen wir nicht zu viel mitschleppen. Der erste ordentliche Biss. Mal schauen, was das ist. Eine schöne Brasse. Ein schöner Fisch. Der kommt heute in die Pfanne. Ein richtig schöner Brasse. Der Marc hat zuvor einen schönen Fisch gefangen. Für diese Gegend hier, beziehungsweise für dieses Gewässer, ist das eigentlich ein ganz ordentlicher Fisch. Es werden natürlich in Italien nicht mehr auf größere Fische gefangen. Das meistens aber hier in dieser Region am offenen Meer. Und nicht unbedingt gleich in der Lagune von Venedig. Venedig ist ja genau gegenüber von uns. Wir haben heute einige Kühle ausprobiert. Doch nach 10 Minuten ging sofort etwas auf die Napschnecke. Deswegen werde ich jetzt noch weitere Napschnecken organisieren. Das heißt, ich gehe jetzt runter und suche dort Napschnecken. Durch den niedrigen Wasserstand bei Ebel findet man jetzt sehr gute Napschnecken hier. Die erste habe ich schon. Mit dem Messer geht es wirklich einfach. So sehen Napschnecken aus. Man sollte aber nie mehr fangen, als man benötigt. Anhieb. Und? Ja, das ist Kander. Jetzt ist meine Mahlzeit komplett. Herrlich. Heute gibt es Fisch zu essen. Genau. Jetzt habe ich noch einen schönen Fisch gefangen. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ich lasse uns diese Fische gut schmecken. Ein Oma hat nie gegessen. Meine Prasse schon. Das war übrigens schon unser 100. Angelvideo auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind heute hier in Nürbisch. Es ist Ende August 2022. Etwas weniger Wasser als sonst ist es schon da. Aber es ist wirklich so wenig. Aber es ist wirklich so wenig. und da ist ganzürdigeses. Heute angeln wir in Bersenberg an der Donau. Wir fischen ein paar hundert Meter unterhalb des Donaukraftwerks über Bersenberg. Das ist das erste Mal, dass wir angeln. Ich werfe jetzt die erste Route aus, denn wir wollen möglichst schnell Fisch fangen. Gleich kommt die zweite. Auf der zweiten Route finden wir eine ganz ähnliche Montage, aber mit Maden. Der erste Piece auf der Madenroute. Das ging aber schnell. Fast hätte ich vergessen, dass es in der Donau viele Grundeln gibt. Das ist eine Schwarzwanggrundl, eine invasive Art, die eingeschleppt wurde, aber mittlerweile auch ein guter Köder für Zander ist. Gleich nach der Grundel werfe ich wieder aus. Danach hole ich wieder einen Fisch hinaus. Leider schon wieder eine Grundel. Man sieht hier richtig gut, dass es selbst mit einem großen Köder keine Garantie ist, dass kein kleiner Fischer mehr ist. Früher konnte man mit Grundeln eher nicht so viele Fische fangen, da sie nicht so gewollt wurden. Auch bei den Fischen. Doch mittlerweile haben wir auch schon selbst den Aalruten, Zander, Barsche auch schon Grundel gefunden. Das heißt, sie werden mittlerweile auch gefressen. Ganz am Anfang waren extrem viele Grundeln da. Dann eben weniger. Vermutlich wurden da die Fische so gescheit und haben die angefangen zu fressen. Und jetzt hat sich das Ganze wieder eingependelt. Die dritte Grundel heute. Nächster bis. Was ist das? Der erste Fisch, der keine Grundel ist, eine Großnase, Wimperwimper auf Latein. Ähnlich was anderes heißt eine Grundel. Der macht es eigentlich noch viel Spaß. Es ist jetzt 19 Uhr und die Sonne verschwindet hinterm Horizont. Neben Schwarzbundgrundel, das ist die Verrat, gibt es hier noch eine zweite und zwar Signalkrebse. Die gehören in diese Gewässer eigentlich nicht. Also sie sind zumindest nicht heimisch. Die wurden ebenfalls eingeschleppt. Die darf man hier gesiedelt befischen mittels einer Krebsrasche. Hier, auf der Seite und auf der Seite, können die Krebs hier rein. Da drinnen ist eine Box mit Futter. Die können sie zwar nicht öffnen, aber die können sie riechen. Jetzt kommt der Fisch hier rein. Zusätzlich ein bisschen Lockmittel. Das verschwindet zwar sehr schnell, aber es gibt trotzdem einfach einen Geruch ab. Und dann kommt noch ein Regenbohm dazu. Jetzt werfen das Ganze auf einer gescheiten Stelle raus und ich hoffe, dass Signalkrebse kommen. Jetzt gehen wir zurück zu den Routen und am Ende des Angeltages schauen wir nach, ob der Krebs da drin sind. Wir werden jetzt einmal kurz die Krebsrause kontrollieren. Jetzt schauen wir nach, ob sie da etwas getan hat. Wow! Was? Wie viele sind das? Ja, hier gibt es sehr viele Krebsrause eindeutig. Das ist eine riesige Schere. Das werden wir gleich sehen. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. Wir holen mal die Krebsrause aus der Rouse. Die Rouse war gerade einmal eine Stunde im Wasser. So viele Krebsrause nach einer Stunde haben wir noch nie gesehen. Auf einmal sind das ja dicke Krebsrause dabei. Da ist es gut noch einer. So etwas hatte ich noch nie. Sechs schöne große Signalkrebse. So einen riesigen habe ich noch nie gefangen. Es ist wie eine Stunde vergangen. Wir schauen jetzt nach, was sich in der Krebsrause getan hat. Wir schauen jetzt nach, was sich in der Krebsrause getan hat. Jetzt haben wir noch einen Zingel gefangen. Das sind wirklich schöne Kronfische. Nur leider bemerkt man diese schwer. Weil sie, sobald sie Kühe nehmen, nicht mehr viel tun. Die Zingel gehören zu den Pauschen. Es gibt zwei verschiedene. Den Zingel Zingel und den Zingel Streber. Das ist ein normaler Zingel. Ein Zingel Zingel. Den wir jetzt wieder zurücksetzen. Da ist jetzt noch was drauf. Nur noch eine Route hatten wir draußen. Und die hat es gebracht. Zum Abschluss noch eine Barbe. Es ist kurz vor Mitternacht und wir haben die Routen sauber gepackt. Jetzt am Schluss geht noch eine Barbe. Heute haben wir schön gefangen. Zwar auch viele Kroneln, die wir nicht unbedingt gebraucht hätten. Aber es sind Donnerfische. Genauso wie die Rostnase. Oder eben auch die Barbe. Nicht zu vergessen der Zingel. Genau. Heute angeln wir wieder in Bersenberg an der Donau. Das Revier ist 18 Kilometer lang. Wir waren vor kurzem schon einmal hier. Und haben unterhalb des Staus gefischt. Heute fischen wir oberhalb des Kraftwerks in Bersenberg. Und probieren es heute eben im Stauraum. Wir haben jetzt unseren Köderfisch überprüft. Der sieht super aus. Ein bisschen krebsig. In diesem Revier dürfen wir Krebsraste zu fangen. Und das werden jetzt dumm. Fische sind drinnen. Fische. Zwei Grundeln. Da haben wir wenigstens Nachschub bei den Köderfischen. Denn die Krebsraste fressen sie ab. Heute das übertrifft wirklich alles. Die Krebs befressen sogar den Mittelfieder ab. Wie sollen wir da Fische fangen? Bevor es noch ganz dunkel wird, überprüfe ich die Krebsrase. Ob sie nicht schlecht abgefressen wurde. Ich habe einen Sinalkrebs. Ein Krebs ist drinnen. Heute sind wir wieder mal Kaffwangeln an einem See. Wir werden heute mit Pop-Ups fischen. Das hier hat folgenden Vorteil. Wenn es beim Maus öffnen wird es sich so drehen. Aber es kann sich nicht vermanklen. Wenn ich jetzt probiere das Spiel da einzuhängen. Ich gebe es davor so hin. So. Es ist wieder frei. Der erste Auswurf mit dieser Montage. Das ist eine Boilie Montage. Wie wir sie normalerweise verwenden. Hier das Blei. Und danach erst das Vorfach. Das kann sie logischerweise auch gut verhängen. Aber passiert es nicht zu oft. Ich fütter heute nicht viel an. Aber ein paar Boilies kommen doch mit der Futterschleule raus. Da wir euch in diesem Video auf jeden Fall Fische zeigen wollen. Werde ich jetzt die Mettelfederroute holen. Die Montage ist jetzt fertig. So sieht der Mettelfederroute aus. Wir sehen die Schnur geht von hier vom Futterkorb hinaus. Also das Vorfach. Geht dann in den Teig rein. Hier sieht man ein kleines Stück vom Haken. Hier den Boilie. Also den Mettelfederboilie. Endlich. Ja. Der erste Fisch. Damit wird wieder, wie zu erwarten, eine Praxe. Das ist eher ein etwas kleines Exemplar. Gleich hatten wir den ersten Fisch. Der zweite. Ja. Gefangen. Die ist leider auch nicht größer als die erste. Beim Angeln ist es oft so, dass einige Stunden lang nichts beißt. Danach gehen wieder ein paar Fische. Und danach meistens wieder keine. Das ist beim Angeln leider so. Man kann sich beim Angeln nicht aussuchen, wann genau die Fische beißen sollen. Man kann nur verhindern, dass Fische beißen, indem man nicht auswirft. Die Phase, wo gerade viele Fische beißen, nennen wir auch Beißzeit. Nach Fisch 2 kommt sicher gleich Fisch 3. Danach ist vielleicht die Beißzeit schon vorbei. Wie gesagt, Fisch 3. Fisch 3. Fisch 3. Fisch 3. Fisch 3. Fisch 4 nach Nummer 3. Fisch 4 kommt. Ja. Fisch 4 kommt. Allerdings auf der anderen Route. Das ist sehr ärgerlich. Das wäre der erste Fisch auf dem Helikopterrück gewesen. 30 Sekunden nachdem ich den Fisch aufgesetzt habe. Das wäre Fisch Nummer 4 gewesen. Der nächste Auswurf. Hoffentlich weiß der gleiche Fisch wieder. Ich habe mich jetzt entschieden, den Method wieder auf die Seite zu legen. Er hat uns gute Dienste erwiesen. Aber ich möchte jetzt eigentlich mit Bolli weiterfischen. Wir haben hier einen Popup und einen normalen Bolli möchte ich auch verwenden. Es ist 19 Uhr. Es wird schon leichter dunkel. Man merkt sehr, dass der Herbst schon langsam beginnt. Teilweise verfärben sich schon die Blätter. Und es wird früher finster. Und kalt. Ich habe mir gerade Stellen entlang der Pisting angesehen. Und jetzt werden wir dort fischen. Die erste Prelle. Fliegenwechsel. Ähnlich eine große Prelle. Das ist eine schöne Regenbogenforelle. Diese Forelle ist nicht die größte Forelle, die ich bisher gefangen habe. Aber die größte von heute. Das ist ein schöner Fisch. Die hat schön angezogen. Die Regenbogenforelle hat auf diese Fliegen gebissen. Jetzt bin ich motiviert. Und Fisch weiter. Und zum Abschluss hat Marc noch eine Forelle gefangen. Die vierte heute. Eine schöne Regenbogenforelle. Eine schöne Regenbogenforelle. Eine schöne Regenbogenforelle. Am 23. Oktober hat dann unser Angehörter begonnen. Wie im Vorjahr sind wir in den Herbstferien wieder nach Kärnten zur Fischerei Stefan gefahren. Gleich nach der Ankunft sind wir zum Gewässer gefahren und haben begonnen anzufüttern und uns alles anzusehen. Heute haben wir uns schnell angesehen. Morgen geht es ins Wasser. Ich bin nämlich jetzt Vorfächer. Ich habe hier schon eines vorbereitet. Am Abend wollte Marc dann eine Matratze aufbompen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Dabei hatte er dann einen Unfall, musste mit Rettung ins Spital und wurde noch in derselben Nacht operiert. Und der Angehörter war beendet, bevor er begonnen hatte. Ich bin draußen aus dem Spital. Und jetzt geht es nicht ans Wasser. Ich bin in Kärnten, im Klarenkult und Wörthersee. Ich bin heute das erste Mal wieder aus dem Spital draußen. Daumen zeigen kann ich nicht. Aber ja, angeln können wir in diesen Anglöbeln nicht. Deswegen werde ich euch Fische zeigen. Denn ein Drill oder eine Angehörter halten wird eher schwer gehen. Kannstiga fahren und slower gehen. Ich bin heute das ja sicher hier. Gerade ungefähr sich und jetzt helfen zu essen. Das ist für ihre Basis Cafe. Wie ist das ja hier, wie ein Mensch,وتfen und Quart Hotels und Gewö antique? Wie ist das hier? Das ist ein Mal wieder, wenn ich mir sch violationm whiskey. Untertitelung des ZDF, 2020 Vor drei Tagen habe ich hier die Montagen zusammengebaut und ich wollte hier angeln gehen. Drei Tage später, ich kann da nicht angeln gehen, denn ich habe einen Gips, denn am selben Abend habe ich mir noch fast den Taumel abgetrennt. Ich habe diesen Gips jetzt für sechs Wochen, das heißt ich werde dieses Jahr vermutlich nicht nur zum Angeln kommen. Hier steht alles noch, genauso wie vor drei Tagen und die Routen werden wir jetzt wieder annehmen. Wirklich schade drum, mit den Boilies hätte ich noch gut Kaffee fangen können, so wie letztes Jahr. Das habe ich auch noch nicht gemacht, einen Angelurlaub, ohne einmal zu angeln. Anstatt zu angeln, kann ich jetzt Fische in den Zoo anschauen. Wir beenden jetzt unseren Angelurlaub, fahren wir nach Hause. Das wird jetzt etwas länger keinem neuen Videos geben, mit Angeln, denn das ist nicht möglich. Aber keine Sorge, wir werden uns vermühen, dass es so schnell wie möglich wieder Videos gibt. Das Jahr 2022 ist jetzt beinahe zu Ende. Wir schauen uns noch einmal den neuen Siedlersee an. Vielleicht angeln wir hier nächstes Jahr wieder. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Heute ist Silvester von 2022 auf 2023. Ich hoffe, ich hatte es dir gefallen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg. Ich wünsche euch noch nicht.